einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu chaos of deponia im kampf mit dem organon und was ich erst jetzt fliege gesehen habe hier geht es nach oben okay kommen wir also auch nicht weiter aber wir können hier hochklettern das heißt wir müssen als rufus hier lang kommen so wie es jetzt derzeit nicht aussieht dann nehmen wir uns das schnabeltiere schnabeltiere ach so genau da kommen wir natürlich da müssen wir anders raus mal gucken jetzt geht es hier runter wir gehen jetzt hier durch und dann gehen wir oben links durch da wo die fliege drin ist bringt uns aber nicht viel weiter obwohl doch könnte uns weiter mit ihr nein warum habe ich nur meinen dompteur zylinder nicht eingepackt so jetzt kommen erst mal wieder als fliege und gehen jetzt hier noch mal durch jetzt ist das schnabeltier da und wir haben den ausgangszustand nein wir müssen doch der besuch wir müssen doch der besuch Nützt uns gar nix. So, aus damit. Nein. So, jetzt gehen wir hier rein. Ich komme hier aber nicht lang. Mal gucken. Ist doch scheiße gerade. Jetzt ist die Stahl hier da oben wieder drin. Ah. So. So, aus damit. Ach, komm. Ne, das war glaube ich schon richtig. Ja, und jetzt hier. Moment. Moment. Das wirft ja... Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass aber im Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen. Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn ich der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Ja. Oh ja, lässig. Tja, liebe Gohl. Hm, kein Bild, kein Ton. Mit dieser Fernbedienung kann man offenbar nur den Inhalt von Donners Implantat austauschen. Das heißt, wir müssen Donner finden. Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Um seine Abfahrt zu verhindern, bräuchte ich deutlich bessere Munition. Okay, aber wir sind ja jetzt hier hochgeklettert. Ah, Bombenkontrollraum. Was macht er da? Was macht er denn da? Bombenkontrollen. Schat, schat, schat. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Schat, 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 schat. Ah, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bombenkontrollen. An den Bombenkontrollen. Dieser, 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 dieser Boo, dieser Bi, dieser Bar, dieser Boo. Rufus got the groove. Yeah. Aber halt dich, Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Okay. Wir haben hier eine Tasche. Oder sieht er uns dann? Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Oh, jetzt wird's spannend. Hm. Goals Fernbedienung fehlt leider. Sie muss ihn noch bei sich haben. Aber die Fernbedienung von Donner hatten wir doch schon. Die gebe ich vorerst nicht mehr aus der Hand. Sie ist jetzt mein einziger Trumpf in diesem verworrenen Spiel. Tja. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche wir drin haben. Datasetten haben ganz schön gelitten. Aber nicht so sehr, wie Kletus leiden wird. Wir gucken mal, wen wir hier erwecken. Bumm. Hm. Kein Bild, kein Ton. Okay. Okay, geht's noch weiter? Mal gucken. Hufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungsjamjam. Wofür? Kletus ist nebenan im Bombenkontrollraum. Und offenbar nicht hier, um dich zu verprügeln. Himmel, wo ist Krawallgoal, wenn man sie braucht? Deaktiviert. Von deinem sauberen Verlob, der übrigens gerade dabei ist, mit mir nach Elysium zu gehen. Genau. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber mir nachzulaufen, ändert daran auch nichts. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgoal. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erst mal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Kletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir drei Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... Eins. Ich. Zwei. Kletus nützt dich nur aus, und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinab schaust, bist du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So. So, und nun? Tja. Können wir... Die Datasetten haben ganz schön gelitten, aber nicht so sehr, wie Kletus leiden wird. Sehen wir irgendwie, was, wer ist hier? Geht das? Oh, hey. Pst, nicht so laut. Hey. Wir haben ein Problem. Naja, also zwei, ein Halb, eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Kletus da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch. Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar, leg los. Kletus ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah, fies. Ich kann es kaum glauben. Lady Goal glaubt mir auch nicht. Kannst du mir helfen, sie umzustimmen? Auf sich selbst? Hört sie vielleicht. Probieren geht über sie Nieren. Das habe ich von dir gelernt. Sie ist aber die Falsche. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Darum ist Kletus der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Wie sieht's aus? Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Oh mein Gott. Ach ja. Ah, das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tue ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, ja. Ah, aber Nanu, ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui. Ich hasse dich. Oh, das ist gut. Okay, dann brauchen wir die andere. Bumm. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt es eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Eww. Lady Goal hat einen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt. Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich kopflos buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter. Ladies, ladies. Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Oh, was? Ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Wir sind wirklich alle Mittel recht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist es der richtige Weg für Krawalgo. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So. Wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Puh. Das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche... Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Äh, Cletus? Wo ist er hin? Okay. Jetzt bin ich am Drücker. Los. Na, dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Genau. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown! Nein, 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 nein! Stopp, 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 stopp! Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war... Was hat Cletus dann hier gemacht? Es stimmt doch was nicht. Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Ja, wie's aussieht, hab ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich hab dich doch gesehen, wie du... Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Julisses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einem Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan. Oder? Also. Inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Hm. Na los. Halt mich auf. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Oh schatzkopf. Was tust du? Tch, ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Ja, ne? Ist das hier der Ausschalter? Oh. Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Oh, miese Kanal, Bazille. Das hast du wieder angestellt. Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Äh, ja, tschüss. Was tust du? Au. 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 Lass sie in Ruhe! Ähm... Ähm... Äh, komm! Ausschalten! Ähm... Äh... Hab sie! Fehler! Netter Versuch, Rußschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten. Aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wäre ich auf einer Müllhalde geboren. Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber... das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Äh... Hä? Die gebe ich vorerst nicht mehr aus der Hand. Sie ist jetzt mein einziger Trumpf in diesem verworrenen Spiel. Die gebe ich vorerst nicht mehr aus der Hand. Sie ist jetzt mein... Richtige Idee? Falsche Fernbedienung. Ah, okay. Ich war jetzt selber verwirrt. Na... Zum letzten Mal. Gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung. Ich weiß. Du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Hier geht es gar nicht um Goal. Oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung. Oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi! Nein! Du hirnverbrannter Volltrottel! Ich sollte dich... Goal! Das war ja... Wow! Gut gemacht! Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch! Ja. Ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe ihr Unrecht getan. Ich dachte nur... Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar! Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Äh... Naja? Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Äh... Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Mhm. Irgendwie schon. Shit. Oh, dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein. Es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Goal! Goal, lass mich nicht hängen! Ich habe dir doch alles gesagt! Goal! Äh... Na, Rufus? Hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch. Du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich habe zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt Rumi? Pst! Tja! Sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Tja... Ich habe noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein... Full Goal. Ha! Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei. Und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Ähm... Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer geworden. Nein! Das kannst du nicht tun! Cletus! Goal gehört zusammen! Hartet! Ich... Das wird langsam anstrengend hier. Oh oh! Auch das noch! Scheiße! Sie haben aufgehört zu schießen! Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua! Rufus! Rufus! Alle mal aufgebascht! Es ist Rufus! Hurra! Janosch! Ihr lebt! Natürlich leben wir! Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden! Der Turm fliegt gleich in die Luft! Dann lass mich schnell alle zusammendrommeln! Vergesst mich nicht! Goal! Eh schon wieder! Goal? Du, aber... Warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall-Goal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosionen hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosionen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby-Goal nicht auch vermissen? Tja, ich habe da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Ha! Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Äh. Ich wusste übrigens, dass du zurück kommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich hab' da weggegen. Ja, ich hab' da weggegen. Ja, ich hab' da weggegen. Wirst du aber nicht. Computerspielplan. ein Ende. Aber es kommt ein dritter Teil. Versprochen. Versprochen. The end. Oh, not the end. Hussa, wie wär's mit Heilbronn? Ja. Das war Chaos auf Deponia. Und danke, danke, dass ich spielen durfte. Danke, dass ihr es mit angesehen habt. Dass ihr fleißig kommentiert habt. Und das war ein schönes Spiel. Ein sehr, 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 sehr schönes Spiel. Es gab so zwei, drei Stellen, die waren ganz stark in meiner Erinnerung, gebrannt markt. Deswegen bitte nachsehen im Nachhinein. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns, denke ich mal, gut geschlagen. Es gab ein paar Sachen, wo ich wirklich noch ganz stark in den Seilen hing. Und ich wusste, wie man da weiter vorankam. Die Zeit ist so eine Sache. Vielen Dank an Monty Arnold, an den Sprecher von Rufus, Argus, Gliedris und den Organon. Super Sache. Und Goon, Eric, Gronk, Range. Es war unvererkennbar. Es war wirklich, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel. Und man kann fast nichts Besseres machen. Das Setting hat funktioniert schon wieder im ersten Teil. Die Story wurde sehr gut weitergesponnen. Und dieser absolut chaotische Typ namens Rufus, der wird natürlich ein immer, ja, liebenswerter pro Folge. Und, ja, nach diesem Spiel und nach dieser Folge, die ihr hier seht, wird es den dritten Teil geben. Und nach dem dritten Teil wird es dann den vierten Teil geben. Definitiv. Alle Tiere, die an der Produktion dieses Action-Lastien und Adventure-Beteiligung gehören zu einer Lichte von speziell ausgebildeten Stand-Tieren, die mit besonderen Antischmerzmitteln, bla bla bla, ich konnte es nicht weiterlesen. Cool. Da ist das Denelick-Team. Errungenschaft freigeschaltet. Danke. Bitte. Es war mir wirklich eine helle Freude, dieses Spiel zu spielen. Und, äh, Danke.